Grübenzell bei München. Hier fotografiert das Hess-Natur-Team für den neuen Babykatalog. Zwischen Eltern und ihren Babys, die vor der Kamera stehen, ist heute auch ein besonderes Model dabei. Martina Beck, vielen bekannt unter ihrem Mädchennamen Martina Klago, eine der erfolgreichsten Biathlon-Sportlerinnen Deutschlands und seit dem 1. April 2011 auch glückliche Mutter. Wir machen heute ein schönes Foto mit meiner kleinen Tochter für den Hess-Natur-Katalog, für die Bodys, weil ja 2011 jedes Baby, das geboren wird, ein Hess-Natur-Babybody geschenkt bekommt. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Mehrere olympische Medaillen und zig Weltcup-Siegel, einzeln und in der Staffel. Martina Beck hat in ihrer über 10-jährigen Karriere viel erreicht. Nach den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver war Schluss mit dem Profisport. Und die erfolgreiche Biathletin konnte sich ganz auf den Nachwuchs freuen. Die Geburt war sowieso total fantastisch und ich war eigentlich nur auf Wolke 7, als dann die Kleine da war. Und es war einfach nur schön. Ja, und Mutter sein, das ist natürlich dann ein Prozess, der sich über ein paar Monate hinzieht, dass man es dann endlich ist. Ja, aber es ist total schön. Also ich habe es mir davor eigentlich gar nicht so vorgestellt. Also das kann man auch, glaube ich, gar nicht, weil man weiß ja auch nie, was man für ein Kind kriegt. Also es kann ja sein, dass es den ganzen Tag schreit oder dass es ein ganz Liebes ist. Und man muss sich dann sowieso erstmal kennenlernen. Und ich glaube, das haben die Hilde und ich jetzt schon ganz gut geschafft. Also es ist total spannend und es ist wirklich ganz, ganz schön. Auch wenn das Leben zu dritt nun so manch kurze Nacht mit sich bringt. Die 31-Jährige genießt die Zeit mit Hilde und ihren neuen Alltag. Man muss sich halt jetzt eben nach diesen kleinen Menschen richten. Und ja, die ersten Wochen, da muss man natürlich ein bisschen ruhiger alles angehen. Und dann kann man dann schon wieder größere Umkreise ums Haus machen, glaube ich. Die Jubiläumskampagne Rein ins neue Leben von HessNatur unterstützt Martina Beck als Botschafterin zusammen mit Tochter Hilde. Dabei schenkt HessNatur jedem Baby, das in 2011 das Licht der Welt erblickt, einen Body aus reiner und naturbelassener Biobaumwolle, die aus dem eigenen Anbauprojekt in Burkina Faso kommt. Ich finde das eigentlich eine ganz große, tolle Geschichte. Und ich glaube, es sind ja auch schon sehr, sehr viele Bodies zu den Babys gekommen, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Also es wird schon sehr, sehr gut angenommen und das finde ich gut, ja. Als Mutter achtet Martina sehr darauf, dass es Hilde einfach gut geht. Dazu gehört für sie auch gesunde Babybekleidung, die nachhaltig hergestellt wird. Ja, bei der HessNaturkleidung, da habe ich einfach auch das Gefühl dabei, dass es sich wohlfühlt. Und ich weiß, dass das gesund ist, dass da nichts Schlimmes drin ist. Es gibt ja auch wirklich andere Klamotten, wo man sich vielleicht nicht so ganz sicher ist. Und ja, also es sieht auch total süß aus. Und ich finde es auch, ja, ich finde es schön. Es ist ja jetzt auch nicht das Wichtige, dass es nur Bio-Baumwolle ist, sondern es ist halt auch wichtig, wie es dann auch verarbeitet wird. Und ja, das finde ich total klasse, dass es überhaupt Babyklamotten gibt oder Babyklamottenhersteller, die sowas machen. Also es gibt, glaube ich, nicht so viele davon. Ortswechsel Nach dem Fotoshooting startet Martina Beck dem HessNaturladen in München einen Besuch ab. Und zwar am Geburtstag von HessNatur. Auf den Tag genau vor 35 Jahren, am 7. Juni 1976, wurde die Firma offiziell gegründet. Man hat wirklich einfach eine große Verantwortung und deswegen macht man sich halt dann auch Gedanken gut, was mache ich jetzt da zum Beispiel mit den Antisachen zum Beispiel, dass ich halt da eben schaue, dass es halt schadstofffrei ist und dass es eine gute Qualität ist. Und wie zum Beispiel jetzt von HessNatur. Das ist cool. Nach Fotoshooting und Einkaufsbummel endet ein aufregender Tag für Martina und Hilde in München. Eingedeckt mit Stamplern, Bodies und Socken aus der HessNatur Babykollektion geht es für die beiden jetzt wieder nach Hause.